Hallöchen und ein schnurzliches Willkommen zurück zu Raft mit Dragomir und Salome. Hi. Hi. So, wir gehen jetzt nochmal in die letzten Tünnelchen da rein. Tünnelchens. Tünnelchens. Oblitz. Und dann geht's los. In die Hose. Nach Utopia. Utopia? Yes. Ich weiß nicht, was man aufschossen gehört in Sophie. Ja, Titan. Zweimal Titan. Oh, hier ist Metallerz und eine Planke. Oh, da oben ist eine Kiste. Ja. Okay. Ich hab schon wieder ein Rezept, das haben wir aber jetzt schon. Das war das hier. Die rote Melone. Rote Melone. Das war's hier schon? Ja, fein so. Auf zum nächsten. Ich seh, weil Zeugs rumfliegen. Stein. Planke. Wartet auf mir. Geht nicht ohne mich. Höh. Was? Höh. Ich hab mich umgedreht. Das solltest du nicht tun. Bin da. Obwohl, bei dir ist die Ansicht noch recht hübsch, aber nicht bei ihr. Kann ich fahren, tut mir leid. Dann steig doch auf, wenn du keinen Bock hast zu fahren. Ich hab keinen Bock, aber ich kann doch nicht fahren, das ist die andere. Ich hab gedacht, das wäre gerade der Auspuff gewesen. Hier ist das Dorf, ne? Hier, das ist Treibern. Nein. Hui. Ich will das Mobil mit aufs Bloß nehmen. Ja. Versuch's doch. Wuh. Hey. Du asozialer Fahrer. Voll reingemacht. Ich hab nichts gemacht. Doch, du hast mich weggebasht, ey. Nein, du gerade eben mich. Ja, immer krieg ich die Schuld hier. Bei mir hat das auch so aussehen, als wärst du volle Kanne reingefahren. Ich hab's auf Video, du bist mir voll reingefahren. Na, ich seh nichts, was links und rechts von mir ist. Ich bin voll weggeflogt. Ja, ich auch. Ach. 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 Ich genieße die schöne, angenehme Fahrt. Ich glaub, es waren nur zwei Stück gewesen. Oh, das Gewitter jetzt aber doll. Was, bei dir? Ja. Ne, hier, oder? Oder waren wir da schon drin? Ähm, ich glaub, hier waren wir noch nicht. Ja, schön, ich kann nicht zu euch. Ja, tschüss. Doch, hier waren wir doch schon. Das war doch gerade eben das. Ja? Ja, oder? Oh, tatsächlich. Ja, nein, dann waren es mir doch nur zwei. Ist kleiner, als man denkt, die Insel. So, jetzt müssen wir ihn wieder zu unserem Floß finden. Ja. Oh, jetzt wird auch mit drauf. Sira, dreh dich bloß nicht um. Wer mit mir mitfährt, hat sein Leben schon aufgegeben. Oh, das hab ich schon aufgegeben, an dem ich gefahren bin. Ich hab das erst gar nicht angefangen. Ja. 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 Sicher? Mhm. Yeah! Ja! Ich bin ein bisschen in die andere Richtung, eigentlich. Und? Ich wollte nur sagen, was ich glaube. Ach, du glaubst es. Wir müssen in die andere Richtung, sagt sie. Ich wollte nur sagen, was ich glaube. Ja, ich wollte nur sagen, was ich glaube. Ey, sag mal. Hallo, fahr da hoch. Nicht so. Ich glaube, wir sind komplett auf der falschen Seite. Ja, und? Ich hab meinen so geil geparkt, das kriegst du jetzt nicht mehr weg. Ich hab jetzt, ich hab jetzt tausendfach aus der Map gesoomt. Ähm, wir sind fast, sag ich mal, gegenüber. Und? Tschüss. Oh ja. Oh. Er hat einen Erfolg gekriegt. Ja. Nein. Nein. Oh nein. Oh nein. Jetzt sind wir am anderen Ende der Map und dürfen auf. Das ist ein Schneemobil. Ja, ist halt kein Boot, ne? Möp, möp. Ja, die Folge besteht aus Laufen. Bei mir läuft es gerade, ich muss mich mal immuten. Gute Nacht, Mama. Hab dich lieb. Eingehen, Herr Teppich. Die Witter. Wo? Die Neues. Da war eben ein sehr stranger Schatten. Und dann, ich muss mich mal aufpassen. Keine Ahnung, wo das Floß überhaupt ist. Lauf einfach geradeaus. Jetzt? Ja, laufe einfach geradeaus, sagt sie. Du bist gar nicht bei mir. Ja, ich sehe das, ich sehe das, weil ich so weit rausgezoomt habe. Ja, aber du bist doch gar nicht bei uns. Weil ich euch als grüne Punkte sehe und weil ich das Floß als gelben Punkt sehe. Ah, ich sehe es. Ich sehe. Und wo bist du jetzt? Ich versuche gerade ein Schneemobil zu retten. Willst du es mitnehmen? Ja. Ich möchte es einstecken. In meine Hosenkarte. Ich muss mal erst irgendwie eine Brücke oder sowas rüber machen. Hier ist doch. Hier. Wo bist du denn? Da, hier kannst du rüber. Dann hier langfahren und dann hier rauf. Ja. Ja, bei der Steuerung, glaube ich, ist das schwieriger als gesagt. Ja. Zumal ich gerade ins Dorf gefahren bin. Hallo? Geht's doch. Kann ich Titan geben, Chrissy? Ich tue es hier in die Erzküste. Bitte. Jetzt dreimal R. Äh, dreimal Titan. 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 Wacken. Ja, so ist es brav. Schön brav. Ich bin da. Wer noch? So, wie soll ich jetzt rüber? Warte. Hier an der Ecke. Ja. Langsam. Da? Oh mein Gott. Hier. Ah, ich sehe. Dann kannst du ja geradeaus und dann links rauf. Der zählt das bloß nicht, der glitscht durch. Jo, ich glaube schon. Ich komme nämlich nicht mehr weg. Ich komme nicht mehr vor und nicht mehr weg. Tja. Dafür war es wohl nicht gemacht. Ja. Oh, ich kann mich etwas... Ich hätte mal irgendwo was gelesen gehabt, wo sie alles gefragt haben, wie man das machen kann. Dann müsstest du irgendeine Art Ramp oder sowas bauen. Die Zugbrücke. Ja. Die haben wir aber nicht freigeschaltet. Oh, ich kann zurück. Ich kann zurück. Oh, ich kann zurück. Vielleicht das normale Holz. Irgendwie rüber bauen. So. Und vielleicht irgendwie eine kleine Treppe oder so. Hä? Ja, eine Art Rampe halt zum Rüberbauen. Zum Rüberkommen. Ich kann keine Rampe bauen. Der ist was ähnliches. Hat aber so einen normalen Holzboden. Die Netze weg und stattdessen so ganz normaler Holzboden da, wo du stehst, in diese Richtung. Genau. Und dann vielleicht mit Schmackes rüber. Yay! Jawohl! Es schwimmt. Ähm. Ja. Ähm, ja. Und hobbelt durch die Gegend. Ich wette, es fällt nachher runter. Ja. Ja, weil du aber gerade wieder auf die Netzen drauf bist da. Huch. Jetzt bin ich abgestiegen. Hm. Hm. Ich hab bei unserem Tank wieder gefüllt. Mhm. Warum schießt du drauf? Ich versuche halt was. Lass mich. Ja, geht gut. Geh ins Bad. Mach das. So. Nach diesem anstrengenden Tag braucht man ein schönes Bad. Ich glaub, du wirst sie von deinem... Ja, ich glaub, irgendwie das wird das Ding wieder entfernen müssen. Soll ich schon mal hier den Rückwärtsgang einlegen? Nee, warte mal. Ich muss erst die neuen Koordinaten eingeben. Die sind noch nicht drin. Also ist diesmal die... 3, 2, 0, 1. Okay. Drei... Aber das machen wir halt nicht heute. 0, 1. Da sind wir schon. Gut. Ja. Wir können hinfahren, aber das war's dann auch schon. Ja, einmal von außen angucken. Weil wir haben noch 15 Minuten. Ich will den Wünschen schon beenden. Ja, setz mal zurück. Ich muss gucken, dass ich um die Insel herumkomme irgendwie. Ich vermute mal, dass es dann eben... Seba, hast du schon deine Taschen leer gemacht? Nö. Mach mal bitte. Vermut mal, dass du was? Ähm. Dass das halt einfach das finale... äh... der finale Lebensraum für uns ist. Ja. Möglich, ja. Und dann ist er auch wieder keine Sau. Ja. Coming soon. Ja. Ja. Hast du eingegeben? Ich hab eingegeben. Ich warte nur drauf, dass jetzt... dass rückwärts gesetzt wird. Er muss nur noch jemand einschalten und den anklären. Aber ich bin ja gerade hier am Einräumen. Ja, weil da jemand die Tannen haben möchte unbedingt. Hier steht man gerade nach vorne. Ich müsste aber zurück eigentlich. Ich versuch's mal, ich versuch's mal. Nee. Ich häng da fest. Häng, 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 häng. So, jetzt nach vorne. Auch. Und, ich versuch's mal. Ja. Da, da, da. Ba, da, da. Mist. Was hast du denn jetzt schon wieder verbrockt? Da kommen Eisschollen. Hm. Blät. Ja. Guckt ja noch eine Insel? Hier bekommt ja was ganz Großes vor uns. Was ist Großes? Ganz Groß nicht, aber es ist halt groß. Boah, ist das ganz groß. Ja, es ist größer. Ja, besser. Die Finuette sieht aus wie ein ungestürztes Haus. Oder ein Mann, der gerade auf dem Bauch liegt. Einfach aus dem Berg. Wenn ihr dabei stehen bleiben wollt hier, müsst ihr schon den Anker lichten, ja. Mein Schneemobil ist weg. Ja, hab ich doch eben gesagt. Es piept, hast du gesagt? Ja, zu spät. Wir sind dran vorbei. Ja, dann kommen wir doch rückwärts. Oder halt so. Hinschwimmen von hier aus. Ja, so krass weit ist es. Hat er, hat er, hat. Hallo, Heilkopf. Heil haben, oh haha. Schön. Was denn? Ganz toll. Ja, was denn? Alles. Züge nicht drüben. Ich züge doch gar nicht. Ich sag nur, es ist alles toll. Was willst du? Alles supi. Mein Handy nervt mich grad. Mein Handy nervt mich grad. Nein. Nichts. Nichts. Nein... hier ist eine große scholle daneben dran eine scharfe hat denkt sie auch so seit wann können haie denn im floß fahren ich greife die mal nicht an die sind mit respekt die sind beschützt hier er wurde ein eigenes ich hab da war hat du denn ich sehe nix weil der haikopf zu kack präsent ist anziehen aus habe ich gerade für zum essen gerufen was das jetzt so das steuer du dingens bummens für die für die jungen habt ihr den anker hoch damit kann ich jetzt rückwärts und vorwärts ja so war das jetzt eine frage angeht oben komm hoch jetzt nicht mehr an müssen oder da ist auch ein kürting ja ne der eine läuft nicht einer läuft nicht kommen auch nicht vorwärts ich glaube ich weiß wieso die müssen alle entweder aus oder eingeschaltet sein weil er die allesamt umlegt so jetzt versuch war noch mal jetzt fährst du rückwärts gerade ja jetzt mit dem ding kann man sogar den anker runterhauen aber nicht alle in die gleiche richtung warte ich stell das mal um ja es waren glaube ich einige andersrum so jetzt hier sind sie alle gleich und der anker funktioniert hier nicht brauchst einen anderen anker glaube ich dafür ja es kann sein dass du diesen neuen wahrscheinlich genau auch mal neue batterie ja mach dir doch einfach eine oder hol dir eine ja dann hol dir doch eine so eine neue batterie und niemand muss mehr jetzt hier jetzt kann ich einfach nur hier das ist für start genau genau hier ist die richtung deswegen sind da die pfeile da ist so ein an und aus knopf und da unten ist der anker genau dafür brauchen aber glaube ich erst mal den anderen das ist irgendwas gedrückt ja was ja der anker funktioniert nicht ja da haben wir den neuen bauen ja dafür brauchen wir acht waren und wir haben nur drei oh gott dann müssen wir fleißig die insel abklammern aber nicht mehr heute kommen wir auf eine verkaufsinsel noch ne also zumindest sind es dann vorbei da kann man titanier kaufen wenn wir genug kohle haben das können wir kriegen indem wir angeln ja dann haut mal raus aber nicht mehr heute naja doch fünf minuten haben wir noch ja hallo ja was denn was denn könnt ihr meinen anker lichten bitte so wir sind bei der verkaufsinsel soll ich den müll aus meiner kiste holen ich habe keinen bärenkopf moment ich habe übrigens den angler führst noch gar nicht erkannt und konnte noch keiner drauf oh ja dann mal los wir haben noch ein großes schild und ein kleines schild in der gecraftet kiste ich weiß gar nicht wohin mit dem ding vielleicht kann man die sau irgendwie in die mitte machen und dann links und rechts die oder mach ich wollte eigentlich auf die insel jetzt dann mal zum neugierig gucken neugierig gucken das ist doch nichts neues mehr was wir da haben da ist so nur ein händler drauf eben entschuldigung du wieder ne hast du mal gucken ob das ding piepst nein aua 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 bei der bauer ja hinterkopf gucken du hast nichts drin im kopf ja du auch nicht aber der werte herr rocker hat ein ohrring aha oh ein ring ein ring genau da ist jemand todmüde ne hat jemand Spaß ich bin aber nur beschissen ne ja ja einmal titan als ist auf jeden fall hier drin was ja im laden na das bringt uns auch nichts ich gebe das lieber nicht dafür aus dann kaufen wir davon lieber was anderes die titanerze kriegen wir schon noch von den inseln nach hier ist noch ne sonnenbrille ja ja obwohl die wär geil hm aber ja doch die wär geil die würde ich nehmen ich hab kein geld dabei du hast alles ich hab doch gesagt du sollst das aus meiner kiste holen du pappnase hab ich nicht gehört kapitel vielleicht darf ich den Arsch hinterher tragen jetzt hier ich hab meine Mütze vergessen wer von hinten ja ich weiß wo ist denn der Stand irgendwo nirgendwo ja hier nicht andere Seite toll ha 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 oh hab mal den Bär bei dir gelassen ok mir du da nix mich auch nicht bei mir denkt er ich wär sein Bruder Man denkt sich, das sieht so eklig aus, das greife ich nicht an. Das könnte giftig sein. Ich sehe dir. Einmal Titanerz ist drin, sagt sie. Du bist ja doof. Dreimal, habe ich gesagt. Dreimal, ja mehrmals. Achso, ja. Stimmt, sorry. Deinem ist Titanerz. Ein sinnvoller. Ich bin mir jetzt pleite. Schade. Was denn? Hut und Brille gehen nicht zusammen. Der Bär kommt schon wieder zu dir. Jetzt geht er wieder weg. Kommen wir wieder zu dir. Der springt dich immer wieder an. Wow. Ich pikse immer ein Popo. Nee, 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 nee. In den Poppes. In den Poppes. In den Poppes. Und was? Ja? Ja? Zira, ne? Schick. Mach mal. Ich dachte, er würde mich mit hochheben. Schade. Und? Wie sieht man da Sonnenbrenner aus? Voll cool. Geil. Ne, also Münzen haben wir noch eine Menge, aber die Müllwürfel, die werden jetzt ja hier gerade wieder produziert. Also, können wir vielleicht noch mal die Feldflasche holen? Eine Idee vielleicht, weil ich glaube, die dürfte größer sein als das, was wir haben. Ja, ich habe dir meine Kiste getan. Ich hoffe, keine Lust zu laufen. Macht ihr mal. Ich war jetzt einmal, jetzt kann Sirap vielleicht mal kaufen gehen. Genau, Sirap. Mal eine Frage, wie hänge ich denn was an so ein Brett? Einfach auf eine Leistung dran. Ja, jetzt habe ich es gefunden. Guck mal, ich habe einen ganz leckeren Eintopf für dich. Hm. Ja, da. Der braucht leider einen großen. Okay, guck mal. Hm. Ja, das kannst du selber essen. Okay. Hui, der raus. Du, der ist raus. Der sieht ja cool aus. Der leuchtet so schön. Hm. Ja, kannst du gleich nochmal die große Zugbrücke mitbringen. Einfach einen Smoothie haben wir schon, ne? Was? Ähm. Äh. Bö, haben wir nicht. Hat einfach einen Smoothie. Das ist gerade dunkel geworden. Dann go. Druck ist los. Ich Windows. now. Hier. Hopp. 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 Was muss ich jetzt machen? Benedikt Trinkglas. Okay. Ah. Batsch. Eine rote Melone. Alle sind so stil geworden. Ja. Keiner mag mehr reden. Nope. Alle sind fix und fertig. Und haben keinen Bock mehr. Alle sind total eingeschweißt. Eingeschweißt? Achso, ja. Achso. Nee, sie war nicht. Ey, Chrissy nicht. Nee. Die ist eingeeist. Ja. Selbst Schleswig-Holstein-Kamera hat gemeint, das ist so bullenheiß hier drin. Wie kannst du frieren? Weil du ein Mensch bist. Du bist ein Alien. Oder einen anderen Stern. Ich habe keine Ahnung, warum mir kalt ist. Es ist mal so, mal so. Wirklich. Ein Grund dafür, wir wissen das, so tue ich nicht. Melone. Melone. Aber es gibt auch Tage, da ist mir warm. Nein. Doch. Oh. Krass, ne? Ja. Doch. Will dir nicht stören. Hast du jetzt eigentlich den Anker geholt gehabt, den neuen? Ist der? Ah, cool. Ich teste mal. Weil wir müssen jetzt sowieso den Anker runterlassen. Warte bitte. Ich glaube Bescheid. Jetzt. Ja. Ja. Juhu. Cool. Jetzt kannst du hier machen, weil du wirklich brauchst du nicht mehr. Na gut, wir sollen bitte auf der alte Anker runterfallen, wenn das einfach nur so ein Haken an einem Seil ist, ne? Ja, ja, klar. Alles cool. Geil. Und wir haben sogar die 38 Minuten jetzt sogar. Oh. Dann heißt das jetzt erstmal Schalos. Ja. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es heißt Hallo Utopia. Ja. Mit unserem hochmodernen Fluss. Ja. Also, ciao. Tschüss. Tschau, tschau. Eee, Chrissi, dein...